Hallo, hier ist Charlie, Charlie Skeletti. Guck mal, wo ich heute bin. Ich bin bei, hab meine gute Freundin besucht. Die ist Masseuring. Und jetzt guck ich mal, der hat gesagt, ich soll mir mal die Abteilung angucken, der lade, sag ich immer. Ah, was steh ich denn da mal wieder drauf? So, und du willst mal eine Zeige, was du machst? Guck ich auch ein Massage? Such doch mal was raus. Was will ich denn, was will ich denn, was will ich denn? Was ist das, Rückenmassage? Auf meine Knochen willst du rumspielen? Ich will den Bart ran. Was haben wir denn noch, Fuß und Lex? Nein. Was hast du denn da noch? Meridianmassage. Du findest ja gar keine Massage um meinen Rücken, keine Meridianen. Dann müssen wir da Fleisch zu legen. Zu spät. Sportmassage? Nein. Haben wir Lymphdonnage? Nein. Was haben wir noch? Peeling? Oh Mensch, meine Knochen auf hoch, du hab ich noch auf hoch, lag das ganz. Guck mal, ganze Termineintrage, wenn du willst. Guck mal, liebe Gäste, wenn wir einen Wunsch haben, dann kann ich das eintragen. Guck mal, kann ich ganz hoch krabbelst, der ist nicht so heiß. Ja, geht. Oh, schön. Hast du tolle Bilder? Ja, finde ich cool. Walsch verzehren. Komm, zeig mir noch mehr, du zeigst mir noch was. Ja, geh mit. Guck, da darfst du dann den Tee raussuchen. Aha. Munter machen. Schlank und fit. Ja, guck mal. Schlanker kann man, schlanker wie ich kann man doch gar nicht mehr sein. Ja, den brauchst du ja nicht mehr mit dem Tee. Ja, nimm mal lieber Konzentration. Ha, ha, finde ich aber nicht witzig. Aber ich? Guck mal, willst du mal angefangen? Ist du langweilig? Ja. Guck mal, träum schön. Oh ja, dann gehe ich ins Traumland. Charlie Traumland. Komm, zeig mir noch mehr, ich bin leugierig. Guck mal, da darfst du auch gut verlaufen. Mensch, zeig mir was Neues. Tschüss. So, was willst du mal zeigen? Guck mal, kannst du da raussuchen, Charlie? Wo du hin willst? Ins Restaurant? Hä? Könnte ich vertragen. Du siehst ja wieder so ausgewagert aus. Ja. Wo willst du auch noch hin? Schwimmbad? Sauna? Ja, was willst du denn du heute? Essen? Ja, du, ich zeig dir doch der Welt ist bereich. Ja, ja. Weltgut essen. Ach Mensch, du bist wieder so cashbar. Ja, Kosmetik, guck mal. Was ich bei mir im Gesicht... Ja, sollte man mal ausprobieren. Ach, nee, nee, nee. Dann muss ich bei dir Metallöl reinmachen. Charlie, geh mal wieder. Du bist ja ein läster Maul. Ich hab aber recht, ich hab aber recht. Stimmt. Guck, und da haben wir die Öle zum Massieren. Ah, schön. Johanniskraut. Massage mit Limette und Bambus. Hui, da krieg ich den Arsch verhauen mit Öl. Was glaubst du denn du? Massage von Kokos und Minze. Hm. Tolle Kombination. Hab ich letztes Mal schon als Tee getrunken. Und als Getränk. Ja, ja, mal wieder ein Cocktail. Charlie Spezialcocktail. Und Birke. Hm, hab ich noch nie gehabt. Das riecht total lecker. Ja, muss ich mal ausprobieren. Geh mal wieder. Ja. Ja, war schön. Hat mal gefallen. Und da tust du rumwageln und die Leute massieren. Ja, klar. Ah, klar. Komm, wir noch mehr sehen. Erkennst du, wo wir sind, Charlie? Ja, pick eine Smuggie-Bude. Ja, sicher. Siehst du? Guck mal, da kannst du einen der holen. Guck mal. Welche der da gefallen. Was ist für dich die ein Kilo? Ach, Mensch. Sollen wir mal mit 10 Gramm anfangen? Ja. Aber das sind ja, guck mal, da komm ich ja mal wieder mal rum. Oh, Mensch. Ich bin noch viel zu klein. Ja, guck mal, wie quälst du? Wo soll man denn noch trainieren? Guck mal. Da kannst du dann an der Trampelgerät. Guck mal. Da kannst du da hinhocken. Ja, ich hock mich dann da hin. Und dann guck ich dir zu, wie du strampelst. Ja, ja, schön, Mara. Du hast noch mehr auf der Reppe wie ich. Du musst noch ein bisschen üben. Mein Schwert abbauen. Ja, ich wollte es nur ein bisschen netter sagen. Guck, Charlie. Das ist die Bank, wo man da Gewichte hochstemmen kann. Oh, da kannst du dich auf die Rücke legen. Ja, das mach ich gern. Und dann? Da machst du Gewichte stemmen. Nein, das ist nichts für mich. Ah, nee. Ich muss erst wieder was aufnehmen. Ich muss erst Muggies kriegen. Muggies. Überhaupt mal einen Ansatz von Muggies. Guck mal. Kann ich doch nicht. Ich kann schön laufen. Komm, sonst kriegst du viel. Ja, sonst krieg ich Albträume heute Nacht beim Schlafen. Siehst du, Charlie? Guck mal, was die da machen. Siehst du, die geht genauso wie mir. Ja, siehst du. Ja, Elefant. Der kann trainiere, aber selbst der hat schon Probleme. Nee, das ist nichts für mich. Guck mal, guck mal mit den Händen. Genau so. Nee. Powerdose. Du, das ist nichts für mich. Nein, nein. Warst du joggen mit der Schnecke? Nee. Du, ich hab die Nase voll. Ich will nicht. Geh mal wieder. Ja, langt nicht nach oben.